Hmm Den Creeper aber alle vier Schläge direkt hintereinander reingedrückt Okay Oh da gibt's Zombie, hallo Zombie, hi Tschüss Zombie Was ist das hier für ne Gegend mit diesen ganzen scheiß Beinen Ist auch immer so kacke, kann ja nichts bauen Freie Fläche wäre besser Ich sterbe Warum? Ja, brennende Zombies so ist so optimal Optimal negativ Bisschen optimal negativ Hm? Bisschen optimal negativ, wenn die brennen und zu dir hinlaufen Bisschen Oh, bisschen Hi Zombie Ah, brauche ich gar nicht hinlaufen Stab hier vorher nochmal Ja, oh ne Bitch Ich hab mich nicht vermisst Ist klar Halt Zombie Halt Zombie Halt Zombie Halt Zombie Halt Zombie Ist ja nichts ausgeleuchtet Ist ja nichts ausgeleuchtet Oh ne Spinne Ich warte jetzt bis es hell wird Wow Drei Creeper Mhm Mh 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 Hi Creeper hab ich gekillt Der andere ist explodiert Nice Hi Creeper Kui Patz Jetzt haben wir hintereinander weg Gestroffen Und gekillt So, bisschen mal die Welt noch erkunden wieder So normal Aha Ach Spidey, hi Da wird's eins ganz am erhellig, krieg ich langsam so Problems Ja, das wird perfell Hm Heller erzähl Er wird ja gerne an meine Sachen kommen, deswegen Alles geleit Sei froh, dass da Gräber auftauchen Jo Jetzt werden die Sachen ja schon weg Ah, sie sterben Ja Beziehungsweise irgendein Zombie hätte die Sachen aufgesammelt Oder so, ja Und wer damit rumgelaufen Huiiii Schwimm, 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 schwimm Das ist für ein komischer Werk Voll so kantig abgeschnitten Sieht ja voll komisch aus The fuck? Wie sieht das denn denn aus? Ähm, okay Oh Oh Was? Wenn man stirbt, ne? Ja Dann hast du deinen Rucksack auf X nicht mehr Oder auf den Backpack Rucksack Der müsste irgendwo stehen Mh mh Glaub ich Ne? Mh mh Okay Gut, dass das die super... Alles klar Was denn? Ähm, das wäre auch nicht so mein Rucksack, der eigentlich so optimal war Okay Ich hab' auch... Arsch viel drin Hast du den echt nicht mehr bei dir? Nein, den hast du nicht mehr auf dem Rücken Okay Guck grad, den Slot dran ist nicht mehr da Und hier im Grab ist er auch nicht Hm, keine Ahnung Egal Egal, Karl Egal, Karl Hast du mir da für ein komisches Bild geschickt? Das sind die beiden Gebäude, die ich grad gefunden hab Okay Das linke ist natürlich extrem groß Schon gesehen So eine Ver... Guck mal diesen komischen Berg an den ich gefunden hab Also ich mach' gerade auf und der kommt schon Tut ja für ein Kackberg gefunden Sieht voll komisch aus, ne? Voll AA mäßig Vor allem das ist richtig abgekattet hier Hat natürlich was eigentlich Hat natürlich eigentlich schon was, ne? Hat er wieder gemacht Oh, ich generiere mal wieder komisch Generiere komisch Ja, generiere Ja Ja Wow Okay Das ist natürlich aber gewesen, ey Naja, warum nicht? Warum fehlt manchmal Wasser hier in den ganzen Spuren drinne? Ja, komisch Weil ich die nicht richtig aufgefüllt hab Achso Deswegen Einige hab ich irgendwie nicht richtig aufgefüllt Hab ich nur echt so schnell unterwegs Und hab das nicht gesehen gehabt Oder zu spät gesehen Und dann hatte ich kein Bock mehr Das zu machen immer Ja, ich geh weg da Okay Okay Missige Magenta Flower Botania Ey Kann ich ja mal gleich mit nehmen Und gleich mehrファン bekommen Sky of the Winning Weil ich brauch ja Botania Pflanzen Ja, ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Jetzt wissen wir ja, warum das so komisch generiert wurde, ne? Ja, weil's da jetzt neues Gebiet ist. Wegen Botania. Ach du Scheiße! Das war nicht die einzige Stelle. Du musst dann abgeschnitten in der Kackbaum. Nach Baroque. Äh, hehehehe. Ähm. Foto so, ja. Kann schon gesendet. Oh, ich seh ein Schatz in der Wand. Das ist so, ich komme jetzt auch so komisch generiert. Ach du Scheiße, ist das hässlich. Ja, ne? Wurden einfach so, so Biome einfach mal eben so 10 Milliarden Meter nach oben gekippt. Ja. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Botania, Blümchen. Juhu! Dass du da so durchläufst. Hä? Blümchen, 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 Blümchen. Blümchen, Blümchen, hui hui. Ist schon echt ein bisschen komisch an, wenn du das hast. Voll plüschig. Ach wirklich. So. da noch mehr zache das hört sich blüschig an das noch okay also die blumen die ich jetzt schon mal aufgesammelt habe die landen alle im berg da sie sich noch mehr blumen oben erst mal bergwanderen blaue blumen das ist irgendwie eine magic kuh die wechselt alle ihre farbe beim log aus vorher war sie hell jetzt ist es wieder braun feuer was er hält dann ist er bauen ja die komische magic du hast einen knall Nein, hab ich ihn nicht, ihn hast du. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Achso, ruhig, 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 ruhig. Nö. Meins, meins, meins. Immer deins, deins, deins. Die da unten? Da sind sie. Hup, hup, hup. Was war das? Ich. Alles mit meinem Mund gemacht. Jaja. Nein. Ich bin nicht so einer wie du, der will. Guck mal in die blaue Tasche rein. Also, die blaue von Ender. Ja. Ja. Da kannst du drin lassen erstmal, ne? Sammel ja. Hm. Dankeschön. Der abgekattete Berg, der es eben zuletzt war. Da hab ich das grad. Achso. Bin oben, oben drauf grad. Das ist natürlich geil. Hatte ich ja an der Seite schon gesehen gehabt. Deswegen ist Optifan ganz gut. Ich hab mich gefragt, hä, warum sieht das so komisch aus? Guck. Achso. Oh crap. Firmkraft. Was für den Fest. Firmkraft. Firmkraft. Gott, das sieht aus, ey. Diese abgekackte Hälften immer. Ja. Bis irgendwo. Hier sitzen. Ich hab von den Arbeiten gearbeitet. Okay. So. Hm. Fackeln. Felix Hood, da haben wir das schon. Was? Felix Hood, da haben wir das schon. Was? Nee, ich glaube nicht. Obbauen. Mitnehmen. Da noch ne Fackeln hin. Und. Da. Hopp. Zack. Zack. Wenn dann so metrisch-popetrisch. Ja. Da soll der ordentlich aussehen. Ah, was haben wir denn hier? Hehehe. Äh. Was ist denn? Frag es doch. Ich weiß es nicht. Ach. Ein Tank-Proven. Und. Ganz viel Wasser. Ganz viel Fresh-Water. Fresh. Fresh. Excellent. Oh, hab ich gefunden. Wie dann so ein Ding drin. Mhm. Glaub ich nur mal die Mossy-Blocker mit. Oh, vielleicht werden wir uns noch gebrauchen. Na für. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Maus. Draught Repair brauchen wir eigentlich gar nicht mehr jetzt. Nö. Kommt ja automatisch. Ich muss den Barrel lassen verstehen. Den Dispenser stelle ich hier aber in die Gegend hin. Ach du hast ein Wüstentempel gefunden oder sowas. Nö. Ja. So ne komischen Dinger. Ja. Das automatisch generell geht. Ach so. 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 Oh ey. Die Berge sehen echt alle so komisch aus hier grad. Na ja. Neues Biom halt dazu ne. Ja. 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 Ne. Vielleicht die XP-Leiste die. Die. Das hoch runter geht und dann. Das kann natürlich sein. Das kann ich dir nicht beantworten. Uiiiiiii. Klatsch. Noch mehr Blum. Blum Blum Blum. Und wer so dann passt das schon. Autsch. Autsch. Aber tat's weh. So. Warum so plenty? Okay. Best Blum. Was sind das denn für Blum? Blum. Autsch. Schaden. Blum dass ich dieses Zoll.